Über 40.000 Euro Rente steuerfrei. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben richtig gehört. Über 40.000 Euro Rente pro Jahr können Sie steuerfrei bekommen. Sie kennen es ja zu Recht, beklagen Sie sich regelmäßig in den Kommentaren, was das für eine Frechheit ist. Rente ist steuerpflichtig, das Leben lang gebuckelt, abgerackert und dann ist man endlich im wohlverdienten Ruhestand und dann muss man die lange, ersparte, erarbeitete Rente dann noch versteuern. Was für eine Frechheit. Und ich möchte das auch gar nicht schönreden, wenn Sie meinem Kanal folgen. Sie wissen ja, ich fordere ja selbst, dass mindestens 2.000 Euro Rente pro Monat steuerfrei sein sollten. Das sind 24.000 Euro pro Jahr. Und ich habe ja gesagt, über 40.000 Euro sind steuerfrei. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ja fast 2.000 Euro oder das ist ja sogar mehr als 2.000 Euro im Monat. Ja, wie kommen wir denn dahin? Und genau das erfahren Sie in diesem Video, daher unbedingt dranbleiben. Auch an der Stelle, klar, das ist ein Extremfall. Das gilt nicht für jeden, aber es ist dennoch möglich. Denn ich möchte es nicht schönreden, sagte ich gerade. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Renten versteuert werden. Aber wir sind leider nicht bei Wünscht dir was. Wir werden es nicht ändern können. Und seitens der Regierung gibt es auch keine Anstalten, dass sich da irgendwas ändern wird. Nämlich, dass nächstes oder demnächst Renten steuerfrei sind. Und teilweise kommen zwar diese Forderungen, aber ganz ehrlich, da glaube ich nicht dran. Von daher, jammern hilft ja alles nichts. Daher möchte ich Ihnen aufzeigen, was die aktuelle Lage ist, die aktuelle Rechtslage. Und wie Sie auf diese 40.000 kommen, die steuerfrei sind. Natürlich an verschiedene Bedingungen gekoppelt. Aber dafür haben Sie meinen Kanal ja abonniert, um genau solche Tricks zu erfahren. Aber genug getextet. Lassen Sie uns doch gemeinsam einsteigen. Um was geht es? Da habe ich Ihnen eine Excel-Tabelle erstellt. Auf die gehen wir gleich gemeinsam. Da blende ich Ihnen meinen Bildschirm ein. Und wir gehen das durch. Ich erkläre Ihnen, wo das herführt. Auch wie Sie das selbst berechnen können. Und wo die Zahlen herkommen. Aber bevor wir damit starten, wir machen da auch ein, zwei Beispiele. Aber bevor wir damit starten, noch die Eckdaten. Punkt eins, diese Thematik über 40.000 Euro steuerfrei. Die gilt für verheiratete Rentner, die gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagen. Das ist die Grundbedingung. Das ist die Tatsache. Also der ledige, der wird natürlich nicht auf die über 40.000 Euro steuerfreie Rente im Jahr kommen. Sondern bei dem, naja, kann man sagen, ist das die Hälfte. Aber vielleicht, wenn Sie mir das in die Kommentare schreiben und das wünschen, mache ich das gerne auch für ledige Rentner. Aber aus meiner Erfahrung, die meisten, die meinem Kanal folgen, sind verheiratet. Insofern dürfte das interessant für die allermeisten sein. Aber wenn ich mich da ehren solle, gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich explizit für Sie als ledige Rentner das gleiche Video und rechne Ihnen das vor. Heute aber der Knaller, die 40.000 Euro steuerfrei für Verheiratete. Die wohlgemerkt gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagen. Und die 40.000 Euro sind auch nicht für jeden, sondern für das Familieneinkommen, für beide zusammen. Aber dennoch sind diese 40.000 Euro schon ein Knaller. So, aber ich blende Ihnen nun den Bildschirm meines Computers ein. Und da gehen wir das mal gemeinsam durch, wie man auf die Zahlen kommt, wo die herkommen. Und im Anschluss erläutere ich Ihnen auch noch, warum, zumindest statistisch, die allermeisten Rentner dann tatsächlich keine Steuern zahlen. Zumindest all die, die eine niedrige Rente haben. Und wie hoch die Rente tendenziell sein darf, das zeige ich Ihnen dann ohnehin in der Excel-Tabelle. So, und hier ist sie nun auch endlich. Also, wie gesagt, die Excel-Tabelle. Ich habe die wie folgt aufgebaut. Jahr des Rentenbeginns. Höchste Jahresbruttorente für 2024. Dann habe ich es aufgeteilt in die Monatsrente. Erstes Halbjahr. Dann gab es ja ab Juli die Rentenerhöhung. Dann für das zweite Halbjahr monatlich der Besteuerungsanteil. Denn Sie wissen ja, je nachdem, wann Sie in Rente gegangen sind, ist ein gewisser Prozentsatz Ihrer Rente steuerfrei. Der andere Teil steuerpflichtig. Und dann entsprechend gehe ich noch weiter, weil zumindest die Standardwerte können Sie abziehen. Werbungskostenpauschale, Sonderausgabenpauschale, Krankenpflegeversicherung, also diese abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen. Und dann kommen Sie zu einem zu versteuerten Einkommen, was dann in dem Fall dem Grundfreibetrag entspricht. Und da ist die Grundlage, das ist das. Daher kommen wir auf diese Steuerfreiheit. Denn der Grundfreibetrag bildet ja das Existenzminimum ab. Und bis zum Existenzminimum, so die Grundregel, soll ja keine Steuer anfallen. Das Einkommen soll nicht mit Steuer belastet werden. Und das ist dieser Grundfreibetrag, bis zu dem ja, da die Renten steuerfrei sind. Und der soll ja erhöht werden. Und das habe ich hier mal berücksichtigt. Denn der soll rückwirkend für ab zum 1. Januar 2024 ja auf diese 11.784 Euro, also um aktuell 180 Euro erhöht werden. Und wenn wir das bei verheiraten, da greift ja das Doppelte, da landen wir dann bei 23.568 Euro, die grundsätzlich ja steuerfrei sind. Bis zu diesem Betrag fällt keine Steuer an beim zu versteuernden Einkommen. Das heißt, Ihre Bruttorente abzüglich alles, was Sie steuerlich geltend machen können. Wenn da dann das zu versteuernde Einkommen drunter liegt, fällt keine Steuer an. Das ist der Hintergrund. So gelangen wir zu der Steuerfreiheit bzw. zu einem Bruttobetrag bis zu dem Nachabzug aller Kosten, aller steuerlich geltend machbaren Kosten, dann keine Steuer anfällt. Und auch hier, ich habe die Pauschalen genommen, wenn Sie als Rentner natürlich höhere Werbungskosten haben als diese 102 Euro pro Rentner, also in dem Fall 204 Euro, weil verheiratet und zusammen veranlagt, dann machen Sie natürlich diese geltend. Dann kommt ja im Ergebnis das raus, dass Sie noch mehr Rente haben können, die nicht versteuert wird. Aber auch da muss man sagen, das sind ja die Pauschalen, die können Sie jedes Jahr geltend machen. Das, was Sie ansonsten an Ausgaben haben, vielleicht auch Handwerkerleistung, außergewöhnliche Belastung, Arztrechnung und so weiter, die fallen im Zweifel ja nur einmalig an, nicht Jahr für Jahr. Daher haben wir hier einfach mal mit den Pauschalen gerechnet. Ich glaube, das ist trotzdem aussagekräftig genug für Sie. So, nochmal zurück zur Tabelle. Ich habe es hier erläutert. Ich werde die Tabelle nun etwas vergrößern. Dann können Sie das wahrscheinlich auch besser lesen. Also, wie gesagt, das habe ich vorgelesen. Ich gehe es da nochmal durch. Ja, gucken Sie mal, so können wir sogar bis 2024 eingeblendet lassen. Und da sind wir bei den 40.578 Euro, die Sie als verheiratete Rentner, die zusammen zur gemeinsamen Einkommenssteuer veranlagen, haben können, ohne Steuern zahlen zu müssen. Warum? Nun, die Prämisse ist die, Sie müssen 2005 oder früher in Rente gegangen sein. Und wenn Sie dann im Jahr 2024 40.578 Euro Bruttorente haben, das sind dann untergerechnet 3.309 Euro im ersten Halbjahr, 3.454 Euro im zweiten Halbjahr pro Monat nach der Rentenerhöhung. Und auch zusammen, ja, also nicht jeder von Ihnen, sondern zusammen Sie und Ihr Ehepartner dürfen das gemeinsam haben. Und auch die Prämisse sind, Sie sind beide im Jahr 2005 oder früher in Rente gegangen. Dann ist es ja so, dass 50 Prozent Ihrer Rente steuerfrei sind, 50 Prozent steuerpflichtig. Mit der Besonderheit, dass das damals, als Sie das erste Mal zwölf Monate Rente bekommen haben, würde dieser steuerfreie Anteil Ihrer Rente, der Rentenfreibetrag, lebenslang festgeschrieben. Ich habe das mal zurückgerechnet mit Rentenerhöhung und so weiter. Das dürften damals 12.392 Euro gewesen sein, die man vom Finanzamt festgestellt hat und für Sie lebenslang festgeschrieben hat. Also gemeinsam die Summe, Ihr Rentenfreibetrag und der Ihres Ehepartners, Ihrer Ehepartnerin. Wenn Sie da Ihren individuellen haben wollen, schauen Sie da einfach auf Ihrem letzten Einkommenssteuerbescheid. Da ist der festgehalten. Ja, und wir kommen dann zu dem Ergebnis, dass Sie von Ihren 40.578 brutto noch 28.186 versteuern müssen. Da gehen aber die Werbungskostenpauschalen von Ihnen und Ihrem Ehepartner jeweils von 102 Euro in Summe 204 Euro ab. Die Sonderausgartenpauschale jeweils 36 Euro. Sie und Ihr Ehepartner 72 Euro in Summe, die gehen auch ab. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel Kranken- und Pflegeversicherung Sie hier zahlen dürften. 4.342 Euro. Das wissen Sie natürlich genau wie beim Rentenfreibetrag bei Ihnen individuell besser als ich. Das berücksichtigen Sie natürlich Ihren individuellen Betrag. Aber so ungefähr in der Größenordnung bei der Rente dürfte man liegen. Und wenn man das alles ausrechnet, landen wir bei 23.568 Euro. Und das ist exakt der Grundfreibetrag für Verheiratete, die gemeinsam zur Einkommenssteuer veranlagen. Also der doppelte einfache Grundfreibetrag. Und bis zu dem fällt keine Steuer an. Und genau so komme ich auf diese Aussage, dass eben über 40.000 Euro Rente steuerfrei sein können unter diesen Bedingungen. Nun können Sie natürlich zu Recht sagen, na gut, wer 2005 oder früher in Rente gegangen ist. Wenn 2005 jemand mit 60 in Rente gegangen ist, der ist mittlerweile ja auch fast 80. Und jetzt können Sie zu Recht sagen, ja, das hilft mir ja nicht weiter. Was ist denn, wenn ich später in Rente gegangen bin? Fällt dann viel mehr Steuer an? Oder wie viel darf ich da haben? Und das habe ich Ihnen natürlich auch ausgerechnet. Und nur um da direkt schon mal dieses Extrem zu bringen. Wer 2005 in Rente gegangen ist oder früher, 40.578, sagen wir mal 40.600, über 40.000 brutto im Jahr 2024 bis Steuer anfällt oder bis zu dem Betrag fällt keine Steuer an. Und wer als anderes Extrembeispiel jetzt erst am 1. Januar 2024 in Rente gegangen ist, sodass er 2024 auch volle 12 Monate Rente bezieht, dass man auch den Rentenfreibetrag schon feststellen kann, bei dem sind das nur noch 32.884 Euro, die dieses Ehepaar haben darf, bevor Steuer anfällt. Und an der Stelle sei gesagt, auf der einen Seite, ja, das sind fast 8.000 Euro weniger im Jahr. Das ist eine ordentliche Hausnummer, das sind fast 800 Euro im Monat. Aber umgekehrt sei hier auch gesagt, das sind 2.682 Euro im ersten Halbjahr, 2.800 Euro, sagen wir mal, nehmen wir einfach mal die Mitte, so irgendwo 2.750 Euro im Schnitt, sage ich mal, Rente pro Monat, die man haben darf, bevor Steuer anfällt. Und das darf an der Stelle einfach auch mal gesagt werden, auch bei Eheleuten, wenn wir uns ja die Statistik anschauen. In Deutschland liegen die Durchschnittsrenten irgendwo so bei 1.600 Euro, je nachdem, bei Männern ein bisschen höher, bei Frauen etwas niedriger. Aber wenn wir jetzt die 1.600 Euro Durchschnittsrente nehmen und da liegen wir drunter, jetzt dürfen Sie natürlich sagen, ja, Moment, 1.600 Euro ist pro Person. Genau, richtig, da landen wir dann bei 3.200 Euro und somit in der Steuer. Aber auch da sei gesagt, für diesen Differenzbetrag, das heißt, wenn wir jetzt die Rente vom zweiten Halbjahr nehmen, das wären für das Familieneinkommen im Monat ja 400 Euro mehr, die Sie haben. Das bedeutet ja aber nicht, dass das direkt dazu führt, dass eine irre hohe Steuerzahlung kommt. Schlimm genug, dass die im Zweifel kommt. Aber ich will damit sagen, es ist schon so bei Verheirateten, dass schon ein Stück weit Rente steuerfrei ist. Ich sagte es bereits, meines Erachtens immer noch viel zu niedrig. Das müsste erhöht werden, sodass man wirklich bei ihr Leuten 4.000 Euro mindestens brutto pro Monat haben darf, bevor Steuer anfällt. Sodass wir vom Prinzip bei einem Grundfreibetrag von, der Vergleich würde etwas hinken, also 48.000 für verheiratet oder 24.000 für ledige, wäre etwas zu hoch. Weil das sind ja auch schon alle anderen Abgaben, also im Wesentlichen Krankenpflegeversicherung und so. Aber dass wir, wie gesagt, bei einer Bruttorente von 2.000 Euro im Monat landen, pro Ehepartner, das wäre meines Erachtens das Mindeste. Aber da sind wir schon wieder bei Wünsch dir was. Ich möchte Ihnen nicht die Wünsche aufzeigen, die gefordert werden, die wir aber nicht haben, sondern ich möchte Ihnen mit diesem Video einfach mal aufzeigen, was Fakt ist, was Stand heute ist. Und da ist es so, die Rente ist viel zu niedrig, bevor Steuer anfällt. Aber es ist auch nicht so, dass grundsätzlich jeder Rentner sofort in der Steuer landet. Sondern es gibt schon eine zwar niedrige Rente, eine viel zu niedrige Rente, aber das ist leider bei vielen Rentnern die Lebensrealität. Aber die meisten, die mit diesen niedrigen Renten belastet sind, die sind trotzdem zwar steuerpflichtig, müssen im Zweifel eine Steuererklärung abgeben, aber landen nicht in der Steuer. Heißt, die müssen im Zweifel dennoch keine Steuern zahlen, weil das Einkommen zu niedrig ist. Um da mal nicht nur das Extrem zu machen, lassen Sie uns doch mal noch ein weiteres Beispiel aus der Tabelle machen. Hier ist sie wieder. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Jahre später, nicht 2005 oder früher, sondern sagen wir doch einfach mal, Sie sind gemeinsam mit Ihrem Ehepartner, Ihrer Partnerin 2020 in Rente gegangen. Und da sind es dann 33.633 Euro brutto, die Sie haben dürfen, bevor Steuer anfällt. Warum? Also monatlich noch, 2743 im ersten Halbjahr, 863 im zweiten Halbjahr, nur so zur Einordnung. Sie können natürlich gerne auch Pause drücken und dann schauen oder reinzoomen, wo der Wert für Sie ist, der für Sie am ehesten zutrifft. Und wie gesagt, hier im Jahr 2020 in Rente gegangen bedeutet, 80% Ihrer Rente ist steuerpflichtig, 20% ist steuerfrei. Nein, damals wurde dann Ihr Rentenfreibetrag, ich habe das auch mal zurückgerechnet, der dürfte so bei 6190 Euro liegen, der lebenslang festgeschrieben wurde. Wie gesagt, schauen Sie Ihren individuellen da auf Ihrem Steuerbescheid nach und für dazu in dem Fall 27.443 Euro unterliegen. Dann noch der Besteuerung, Werbungskostenpauschale für alle beide ab, Sonderausgabenpauschale für alle beide ab, Kranken- und Pflegeversicherung für alle beide ab. Auch da, Sie kennen auch auf Ihrem Rentenbescheid steht, dass was für Sie der Kranken- und Pflegeversicherung anfällt, nehmen Sie da Ihre individuellen Zahlen. Und in diesem Beispiel, wie ich sagte, abzüglich all der Kosten führt das dazu, dass wir bei 23.568 Euro landen. Und das ist der doppelte Grundfreibetrag, der bei zusammen veranlagten Eheleuten greift. Bis dahin fällt keine Steuer an. Und selbst wenn Sie jetzt 10 Euro drüber wären, da würde die Steuer dann keine viele tausend Euro betragen, sondern es würde dann auch nicht das ganze Einkommen besteuert, sondern nur diese 10 Euro, die eben über dem Grundfreibetrag liegen. Und da, ich hatte das auch schon öfter gezeigt, ich nehme Sie da gerne mal mit auf meinen Laptop, zeige ich Ihnen an der Stelle ganz spontan auch noch kurz. Da gehen Sie einfach auf Google oder eine andere Suchmaschine und geben ein Steuerrechner BMF und dann kommt direkt als erstes schon vom Bundesministerium für Finanzen, also vom Finanzministerium, der Lohn- und Einkommensteuerrechner. Da nehmen Sie dann das mittlere Feld hier Berechnungen und Informationen zur Einkommensteuer, nicht die Berechnung zur Lohnsteuer, sondern das mittlere und dann Berechnung der Einkommensteuer. Das klicken Sie an und dann können Sie hier Ihr zuversteuerndes Einkommen eingeben. Und wir hatten ja hier das Beispiel, wir landen bei 23.568 Euro. Das ist genau der Grundfreibetrag. Das können wir gerne hier auch mal eingeben. 23.568 Euro, verheiratet 2024 und ich sage dann mal berechnen. Im Vorfeld schon, wenn ich jetzt auf berechnen klicke, werden Sie erstaunt sein, denn dann kommt Steuer raus. Warum kommt das raus? Nun ganz einfach, es ist angekündigt worden vom Finanzminister, dass der Grundfreibetrag, ich sage es eingangs, rückwirkend ab dem 1. Januar 2024 um 180 Euro erhöht wird. Aber das angekündigt, dieses Gesetz ist noch nicht durch. Stand heute haben wir also nicht diese 11.784 mal 2 als Grundfreibetrag, sondern wir haben nur die 11.604 Euro. Aber wie gesagt, das Gesetz soll ja geändert werden, rückwirkend zum 1. Januar 2024 und das habe ich Ihnen brandaktuell in meiner Tabelle schon berücksichtigt. Bei dem Rechner beim PMF ist das natürlich erst berücksichtigt, wenn das Gesetz durch ist. Aber dennoch ein schönes Beispiel, weil wir landen hier vom Prinzip ja 360 Euro über der Steuer dann. Und ich sage hier einfach mal berechnen und dann sehen Sie in dem Beispiel fallen 50 Euro Steuer an. Hier sehen Sie nochmal den Grundfreibetrag noch, die rechnen hier noch mit 11.604, der soll aber auf 11.784 Euro erhöht werden. Und wie gesagt, bei 360 Euro übersteigen sind es 50 Euro Steuer. Wir können hier gerne mal noch ein anderes Beispiel rechnen, denn wenn wir jetzt sagen, ich sagte es ja vorhin, wenn wir 400 Euro drüber wären, in meinem Beispiel mit der Differenz zu dem anderen Extrembeispiel, erst 24 in Rente gegangen und sagen jetzt, wir haben im Jahr 4.000 Euro über dem Grundfreibetrag und machen jetzt aus 23.568, machen wir 27.568, dann berechnen. Und dann stellen wir fest, das sind 698 Euro Steuern. Und an der Stelle klar kann man sagen, wenn man 4.000 Euro über dem Grundfreibetrag ist, das sind 700 Euro Steuern, die da schon anfallen. Das ist schon eine Hausnummer, 700 Euro bei 4.000 Euro. Aber ich will damit sagen, die 4.000 Euro sind nicht komplett weg. Es ist eine Frechheit, das müssen wir jetzt nicht noch 30 mal sagen. Und auch, dass Renten bis 2.000 Euro steuerfrei sein müssten, besser sogar noch bis 3.000 Euro. Aber das ist nicht die Realität. Ich wollte Ihnen mit diesem Video einfach mal aufzeigen, dass es umgekehrt aber auch nicht so ist, dass Sie komplett immer Steuern zahlen müssen, sondern es gibt eine gewisse Grundrente, sagen wir mal, die dürfen Sie haben, ohne dass Steuer anfällt. Und von Ihnen würde mich mal interessieren, ob Sie dieses Video hilfreich fanden. Schreiben Sie mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn Sie sich genauer einordnen wollen, ich hatte ja jetzt zwei, drei Beispiele gemacht, dann spulen Sie gerne noch mal zurück, klicken Sie auf die Tabelle, drücken Sie Pause und dann können Sie in der Spalte schauen, wann Sie und Ihr, Ihr Partner in Rente gegangen sind. In meinem Beispiel ist es natürlich vereinfachend dargestellt, dass Sie beide im gleichen Jahr in Rente gegangen sind. Und es gibt natürlich auch Konstellationen, da ist der eine Partner, ich sage mal, 2020 in Rente gegangen, der andere jetzt dann erst 2023. Dann kann man das natürlich nicht mehr so einfach in der Tabelle ablesen. Aber ich wollte Ihnen hier einfach mal das Grundprinzip zeigen, wie man das berechnet. Und Ihre individuellen, das ist natürlich der wesentliche Faktor, Ihren individuellen Rentenfreiebetrag, der ja lebenslang festgeschrieben ist, dann den können Sie auf Ihrem Steuerbescheid ablesen und dann können Sie trotzdem dem System in meiner Tabelle folgen, die Beträge abziehen von Ihrer Bruttorente, Ihre Krankenpflegeversicherung ist ja auch individuell, die können Sie auch auf Ihren Rentenbescheid normalerweise ablesen. Und dann können Sie diese Berechnung vielleicht nachvollziehen, beim Finanzministerium auf diesen Steuerrechner gehen und dann kommen Sie auch zu dem Ergebnis, wie viel Steuer anfällt oder ob da Steuer anfällt oder ob eben keine Steuer anfällt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie. Wie ich schon sagte, Ihre Meinung gerne unten in die Kommentare. Gerne sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.